So, rennen wir mal wieder nach Hause. Vielleicht können wir ja kämpfen auf dem Weg. Zum Beispiel gegen den da. Oh, du siehst aus, wie jemand gegen den ich kämpfe. Obwohl, den kennst du aus der Demo. Hey du, hast du Lust auf einen Pokémon-Kampf? Ja, eigentlich gerade nicht. Nicht so voreilig. Bevor man jemanden zum Pokémon-Kampf herausfordert, sollte man sich vorstellen. Das wird nie gemacht in diesem Spiel, oder generell in Pokémon-Spielen. Da wird einfach nur gesagt, hey, ich trage Shorts. Und dann wird gekämpft. Ey, das habe ich auch glatt vergessen. Ich bin Tali, der Enkel vom Inselkönig Hala. Mein Partner-Pokémon ist Robbal. Also das Wasser-Pokémon. Mensch, dein Baut sieht aber auch total cool aus. Ey, was ist los mit dir? Wie gesagt, wir müssen unbedingt endlich gegeneinander kämpfen. Ehrlich gesagt, habe ich dich schon überall gesucht, weil ich einfach nicht warten konnte. Wow. Ich schaue mir kämpfe nur ungern an. Ich mag es nicht mit anzusehen, wenn Pokémon sich verletzen. Aber ich werde dich anfeuern. Du kannst auch genauso gut gehen. Ui, das wäre dein erster Pokémon-Kampf. Das war halt voll böse, was ich gesagt habe. Denken wir daran, dass Sival der besten Attacken über einen Sieg und Niederlage entscheidet. Ich hoffe, du nehmst die Herausforderung meines Enkels an. Wenn ihr beide euer Bestes gebt, könnte das ein wahrlich fessendes Duell werden. Ich würde sagen, ich bin fett im Typ Vorteil oder so. Komm. Ja, okay. Ich darf sogar mich entscheiden. Das ist ja nett. Unser erster Kampf. Alles klar. Let's go. Boah, erstmal ein bisschen dehnen. Hier kommt Robball. Okay. Und die Trainer sieht man auch während des Kampfes. So, ähm, wow. Ähm, ja. Ich hab das Interface zwar schon mal gesehen, wegen der Demo, aber es ist jetzt auch schon ein bisschen her. Und ich kann mir Informationen angucken. Jederzeit. Das ist nett. Okay, wir machen, äh, Blatt weg. Ich glaub, die Attacke ist neu. Okay, go. Wow. Ich würde sagen, du hast keine Chance, mein Freund. Ich darf sogar zuerst. Diesmal. Toller Kampf. Okay, da war ja zu erwarten. Normalerweise fängt man ja immer den Typ Nachteil an, gegen den Adam, deswegen. Das ist nett. Wow. Das sind meine neuen Werte. Fantastisch. Oh, wow. Die Musik kenn ich. Wow, du hast echt drauf. Das war doch dein Name, Marco, oder? Dein Pulse ist so cool. Alles klar, morgen beim Fest gebe ich alles. Wow, du, dürfte ich den Glitzerstein, den du hast mal kurz sehen? Wow, der hat den echt durch die Tasche erkannt. Oh, das ist ein Opis, der Stein etwa. Sag mal, Marco, Kapuriki hat dich gerettet, richtig? Da ist dann doch der Stein. Ja, ich kann die Sachen messerscharf kombinieren, schon bevor du drauf kommst, alter Mann. Ich verstehe, du wurdest also nicht nur gerettet, sondern hast auch den Stein erhalten. Ich habe das Gefühl, es war Schicksal, dass du nach Alola gekommen bist, Marco. Wenn du nichts dagegen hast, würde ich den Stein eine Weile an mich nehmen. Nein, das ist meins. Keine Sorge, du bekommst ihn gleich morgen wieder zurück. Benutzt. Du hast eindeutig Talent als Trainer. Deshalb würde ich dir dringend sein Herz legen, morgen an unserem Fest teilzunehmen. So, Marco, Zeit, zurückzugehen. Ich begleite dich noch bis nach Hause. Lilly, du kommst am besten auch mit. Wir wollen schließlich nicht, dass ein kleiner Schützing in Schwierigkeiten gerät. Da haben Sie recht, Professor. Ich werde gut auf Wölkchen aufpassen. Ja, am Arsch. Ah, ich bin jetzt hier hinten, du Trottel. Als ich vorgestem Mal gesagt habe, du sollst in der Tasche bleiben. Das hat die schon fünfmal oder viermal gesagt. Und trotzdem ist das für dich nie in der Tasche. Okay, back at home. Was geht ab? Oh, da bist du ja wieder. Und welches Pokémon hast du bekommen? Los, zeig schon. Den da. Wow, das ist ja ein tolles Pokémon. Warum hast du dich für dieses entschieden? Ganz ehrlich? Weil es süß ist. Habe ich doch eben auch gesagt. Oh, da hast du genau die richtige Wahl getroffen. Dieses Pokémon ist nämlich süß und cool. Wahrscheinlich hätte ich es auch gesagt, wenn ich cool gesagt hätte. Ähm, ihr passt bestimmt ganz wunderbar zusammen. Das zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht. Ah, kämpfen. Nein, natürlich Freunde werden. Was denn noch sonst? Was war das denn? Wurde ich geheilt? Was war das für ein Geräusch? Am nächsten Tag. Ah, das mache ich jetzt jeden Morgen einmal. Was für ein Sonnenuntergang. Jetzt packe ich besser ein paar Kartons aus. Wieso Sonnenuntergang, wenn es eine nächste Morgen ist? Oder habe ich das falsch gelesen? Es hat eine Tür geklingelt. Ich mache natürlich hier nicht auch so ein Duo. Danke. Ich nutze auch so meine Mutter. Okay, ich renne hier schon. Ey, okay. Ich meine, eine Klingel ist auch dafür, dass man hier einfach reinstimmt, oder was? Hallo, Marco. Es wird Zeit an der Gehe in die Festlichkeiten rufen. Aber zuerst. Jetzt, wo du ein echter Pokémon-Trainer bist, muss ich ja unbedingt etwas zeigen. Komm, wir machen keinen Abstecher zur Route 1. Gibt es wieder Kämpfe, oder was? Pass schön auf und viel Spaß. Das wird sicher lustig, zusammen mit deinem neuen Pokémon. Mauzi und ich können uns erstmal weiter ums Auspacken. Ja, miauz, genau. Okay, dann wollen wir mal. Lass mich raten, ein Tutorial, wie man Pokémon zwängt. Komm schon mal, komm nicht so langsam, um ein paar Pokémon-Attacke auszudrücken. Mach mal Turbo-Tempo. Haha. Leute, wenn ihr auf der Straße so redet, dann werdet ihr verprügelt. Ist das jetzt Abend oder Tag? Oder Morgen? Ich check das gar nicht. Wieso musst du ja jetzt beitragen, wie man Pokémon zwängt? Ich weiß das schon seit... Seit... Wann weiß ich das? Seit Anfang der 2000er war ich schon, wie man Pokémon zwängt. Und der erzählt mir irgendwas. Wie du sicher weißt, können im hohen Gras wilde Pokémon lauern. Aber nun, da hast du ja Bauts an deiner Seite. Du kannst jetzt also nicht nur gegen wilde Pokémon kämpfen, sondern sie auch fangen. Ich zeige dir eben, wie man wilde Pokémon fängt. Also pass gut auf. Wie gesagt, seit 2001, glaube ich, weiß ich, wie man Pokémons fängt. Und jetzt will der es mir nochmal beibringen. Okay. Aber warum nicht? So. Das ist wohl die wilde Pokémon-Kampfmusik. Wuffelspepec. Okay, erst muss man das nämlich schwächen. Ja. Und dann... ...muss man einen Pokéball draufwerfen. Ja, das wird jetzt in dieser kleinen Textbox nochmal zusammengefasst. Für die nicht so schlau. So. Schön langsam. Der Kerl hat natürlich 50 Stück davon. Oh man, hoffentlich bleibt es drin. Natürlich bleibt er drin. So. Was für eine Überraschung. Aber ich bin auch ganz gut drin, die Sachen unspektakulärer zu machen, als sie sind. Naja. Oder zumindest so unspektakulär, wie sie tatsächlich sind. Na, das war doch nicht so schwer, oder? Manchmal greifen wilde Pokémon dich an. Aber wenn du sie fängst, können sie verlässliche Mitstreiter werden. Und wenn deine Pokémon mal fix und fertig von vielen Kämpfen sind, mach sie zu Hause. Mach zu Hause eine Pause. Sprich einfach mit deiner Mutter. Bestimmt sorgt sie dafür, dass sich dein Team gut erholt. Du kannst aber auch einfach Tränke verwenden. Nein, danke. Hier ein paar Poké-Bälle und Tränke, damit du gleich loslegen kannst. Yeah. Diese virtuelle Übergabe. Zehn Exemplare des Items Poké-Ball. Zehn Stück, das ist eine ganz schöne Menge. Und ein paar Tränke noch dazu. Also dann, los geht deine kleine Abenteuerreise nach Lilli. Und du passt gut auf Marco auf. Ja, Bautz? Das kann ich nicht hören. Ist in dem Poké-Ball-Loop-Panner. So. Gehen wir mal durchs Gestrüpp. Okay, unser erstes wildes Pokémon. Das ist genau dasselbe Vieh. Aber den will ich nicht fangen. Ich habe schon einen Flug-Pokémon. Dann brauche ich den nicht. Boah, das Spiel hat aber lange Ladezeiten. Ich bin ja... Man flieht aus dem Kampf und der Bildschirm bleibt ja ewig dunkel. Äh. Ah, ich kann mich nicht da hinten durchsneaken. Aber ich will natürlich das Item haben. Okay, nach der kurzen Werbeunterbrechung. Oh, boah. Der sieht tollwütig aus. Der ist, glaube ich, auch neu, ha? Mann, Gunior. Aber auch den will ich nicht haben. So, was ist denn das jetzt? Eintragend hier. Jetzt habe ich schon sechs Stück davon. Fantastisch. Oh, was geht denn jetzt? Kämpfe? Ich kämpfe gegen diesen Stinker da hinten. Was glaubt ihr, wer der ist? Oh, ich schmeiß meinen Pokball hin und her. Hey, ich hab dich gesehen. Wenn sich die Blicke von zwei Trainern treffen, fliegen schon bald die Fetzen. So. Stellt er sich vor? Hat er gesagt, wie der heißt? Okay, doch. Da steht er dann. Da. Okay, im Prinzip. Aber sie sagen es nicht. Ich weiß es einfach. Er heißt Max. Knirps. Oh, er hat einen Radfahrts. Wie cool. Ach, der hat so einen Radfahrts. Was? Der hat einen Schnurrbart. Was für? Das wusste ich jetzt aber auch nicht. Okay, ist das jetzt ein Undicht-Pokémon? Oder ist das noch normal? Ach, wer weiß das schon. Okay, hauen wir drauf. Kann man das nicht in diesem Spiel rausfinden eigentlich? Steht das da nicht immer irgendwo? Was für einen Typ die haben? Moment. Wenn ich den jetzt anklicke. Ne. Aber da sind diese Werte von uns allen. Also Angriff, Verteidigung und dann steht, ob die gestärkt oder geschwächt sind. Jetzt sind hier überall Punkte, weil die halt neutral sind. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt Heuler mache, dann würde bei dem, glaube ich, da ein Zeichen runtergehen für Angriff. So was. Damit man das auch sehen kann. Das ist ganz neu. Das gab es vorher noch nicht. Aber eigentlich schon fast ein bisschen zu spät. Also irgendwie, das hätte man schon viel früher mal gebraucht. Aber schön. Ich habe verloren. Der Kampf war trotzdem total aufregend. Und jetzt haben die Charaktere auch so 3D-Modelle. Das ist ja bei, äh, hier XY und Omega Rubin und Alpha Sophia. Da waren das einfach nur so, ja, Bilder. Also hier sieht das schon mühselig. Also mit Mühe gemacht aus. Okay. Hauptsache ich stehe hier wieder irgendwie hinten. Achso. Oh. Die Musik wird leiser und ich kriege schon so eine Warnung. Vorsicht, wir gegen dich kämpfen. Wenn du nicht willst, sneak dich da hinten rum. Ey, scheiße. Aber ich wollte eh kämpfen. Ich verstehe mich so gut mit meinen Schwestern. Das musst du gesehen haben. Deswegen kämpfen wir. Wie du willst. Göre Yui fordert dich heraus. Was hat die so Schönes? Ein Raupi. Sieht das auch anders aus? Nein, es ist ein gutes, altes Raupi. Gut. Ich mag das, ähm, dass jetzt nicht nur diese neuen Pokémon kommen, sondern auch mal ein bisschen was, was man schon mal gesehen hat. So eine Mischung aus beiden. Aber das war auch schon bei X und Y und so. Das einzige Spiel, was meiner Meinung nach so reingeschissen hat, ist, äh, Schwarz und Weiß. Schwarz und Weiß 1. Weil die haben wirklich echt nur ausschließend mit diesen neuen Pokémon aus deren Generationen irgendwie was zu tun gehabt im Spiel. Und das fand ich schon scheiße. Aber irgendwie hat mir, ich weiß nicht, das Spiel kommt mir sehr fremd vor einfach. Ich hab's auch nur einmal durchgespielt. Ich hab eigentlich, ja, äh, was? Ich kann's pflegen? Kann ich's jetzt pflegen? Warum steht pflegen da? Ich check das nicht. Oh. Ach, ich kann den putzen. Ist ja toll, das... Muss ich das nach jedem Kampf jetzt machen? Komm. Putz, putz, putz. Werder nicht. Föhn. Was, äh, warum passiert das hier überhaupt gerade? Kann man nicht einfach einen Kampf gewinnen und gut ist? Was ist das überhaupt? Ein Statusproblem, okay. Komm, wir kämen den mal. Wie krieg ich das Zeug von dem Weg? Ich weiß gar nicht mal... Oh, das klappt. Was ist das? Handtuch. Das klappt auch nicht. Okay. Ah, so. Okay, das war das einzige Mal, dass ich das gemacht hab. Das ist mir zu doof. Ist mir nix mehr zu sagen. Okay, au, da liegt ein Item. Ich werde jetzt nicht nach jedem Kampf Pokémon putzen oder sowas. Das ist sicher gut gemeint, das Feature, aber das ist jetzt wirklich nicht das, was ich hier, äh, wofür ich dieses Spiel überhaupt spiele. So, dann hab ich ja noch ein Item gerade gesehen. Ein Gegengift. Oh, yeah. So. Hey, das Fassendlili fängt gleich an. Nächstes wie hin? Ja. Nö. Wie, der teleportiert mich immer raus. Wieso gehst du nicht hin, du kleiner Scheiße? Wieso? Wer gibt dir das Recht, mir den Weg zu versperren? Okay, gehen wir weiter. Items sammeln. Aber ich geh erst hier kämpfen gegen den Kleinen, da. Oh, doch, da hinten sieht er mich trotzdem noch. Hey, kämpf mit mir! Okay, kleiner Mann. Super viel, kleiner Mann. Vorschüler Frank. Oder ist das einfach Frank? So, und der hat dieses Wiese. Oder Marder. Keine Ahnung, ich glaub, das ist ein Marder, oder? Wenn schon mit MA anfängt. Oh, guck mal, ich kann sehen, jetzt, aber ich weiß gar nicht, was das Kriterium ist. Ich glaub, wenn ich schon mal gegen so ein Pokémon gekämpft hab, oder es mal gesehen hab, kann ich jetzt sehen, ob meine Attacke effektiv ist. Nicht so effektiv, sehr effektiv, wirkungslos ist, ja. Also, da ist der Normal-Pokémon, das geh ich mal von aus, ich weiß nicht, aber ich glaub mal schon, das pflanzt ja normal drauf. Da ist jetzt zum Beispiel so ein neues Feature, damit man sich nicht jedes einzelne Pokémon merken muss, was das für ein Typ hat. Das erleichtert mir einiges. Aber ich glaub, das geht immer nur, wenn man es schon einmal gesehen hat. Beim ersten Mal weiß man's noch nicht, ich glaube danach immer. So, Bautz. Der Typ, ey, das ist echt... Ich mein, ist das eine Anspielung auf Boss? Like a Bautz? Oh, der Typ ist der Bautz. Sag aber ja vorher, dass du so stark bist. Boah, der sieht creepy aus, wenn er sich keinen Millimeter bewegt dabei. So, Bautz. So, Bautz. So, Bautz. Vielen Dank.